Bitte begrüßen Sie Olli Dittrich! Olli Dittrich! Nimm Platz! Erstaunlich, dass das Glas da nicht runterfällt. Ja, weil wir haben extra, haben wir uns ausgedacht, das ist physikalischer Sachverhalt, haben wir einfach ein Gummipättchen drüber gelegt und dann ist die sozusagen die Beschleunigung, Massemalbeschleunigung hält dieses Gummipättchen zurück. Massemalbeschleunigung? Ja, Massemalbeschleunigung. Auch für dich sehr wichtig wahrscheinlich, oder? Massemalbeschleunigung, ja. Aber für den Gast. Für den Gast natürlich. Das hat ja eigentlich nur den Sinn, dass sich die Leute hinsetzen, wenn sie reinkommen. Die meisten stehen und lassen sich drei Stunden feiern, aber sobald ich mit dem Ding losfahre, setzen sich alle mal ganz schnell hin. Ja. Oder sie fallen um. Ja. Aber wieso fällt das nicht runter? Ja. Aber jetzt mach mal bitte ohne das. Ja. Okay. Ich fahr erstmal rüber in dem Anlauf. Ich hab ja zwei Stufen hier. Ich fahr ja jetzt im langsamen. Guck mal. Ich kann die Geschwindigkeit ja variieren. Ist ja nicht so, als dass das wie beim Lokführer zum Beispiel einfach nur an-aus ist. Ja, die streiken ja immer. Die sind ja gar nicht... Bei uns ist das einfach richtig Speed und ich kann dann mit dem weißen Knopf, kann ich den Turbo zuschalten. Und auch nach Hause fahren. Einfach aus dem Stadion. Ja, mit dem Ding nach Hause, klar. So, Achtung, jetzt geb ich Vollgas. Ja. So, jetzt nehmen wir Anlauf. So, jetzt haben wir umgespielt, den Highspeed erreicht. Und jetzt mach ich ganz abrupt Stopp. Und... Nein, es hat mir... Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es wäre so stehen geblieben. Aber wollen wir es mal versuchen so, dass ich es auffangen muss? Ja, das ist natürlich noch besser. Dann brauchen wir nicht über deine Sendung zu sprechen. Genau. Die am Freitag um 23.30 Uhr läuft. Big Boys Toys. Ja, eine Enthüllungsreportage. Meinst du so? Ja, aber mich würde ja mal aus wissenschaftlichen Gründen interessieren, was passieren würde, wenn das Glas tatsächlich runterfiele. Was... Wozu brauchst du wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn du... Nur so. Wenn du einen Lappen holen musst. Nein, ich hab... Hab ich einen Kittel hier? Keinen Kittel da. Das sieht immer gut aus, wenn man einen weißen Kittel anzieht. Ja, natürlich. Und schon... Und so eine Schutzbrille. Jetzt kommt's. Okay, pass auf. Ich glaube, es ist besser zu sehen, wenn es hier vorne ist. Wir dürfen nicht zu viel. Wir müssen... Es muss schon auch noch... Pass auf. Ich sag folgendes. Wer glaubt, dass das Glas, wenn ich aus voller Fahrt wie eben abbremse, runterfällt, wenn es so übersteht? Wer glaubt das? Aha. Okay, Gegenprobe. Wer glaubt nicht? Ja, das glaub... Mehr glaubens. Mehr glaubens, ja. So. Und wir beide, was glaubst du? Äh, ich... Ich... Ich glaube, es fällt. Ich glaube, es bräuchte noch einen Zentimeter mehr. Wir könnten ja... Das wär ein gutes Schlag den Rabspiel. Da könnt ihr auch mal bis nachts um drei machen. Ja. Oder? Das wär mal ne Idee. Ja. Pass auf, jetzt probiert das. Es geht wieder Vollgas. Ja, das stimmt. Und wenn wir die Höchstgeschwindigkeit erreicht haben... Fremd sich ab. Und wenn ich jetzt vorher einen Schluck trinke, dann verändern sich alle Parameter quasi, oder? Ja, ja klar, weil die beschleunigte Masse nicht mehr so groß ist. Ja, das ist richtig. Verstehst du? Ja, natürlich. Wenn das Glas leerer ist, rutscht es nicht so einfach darunter. Weil die Masse, die ich beschleunige, spielt ja die Rolle. Ja. Je leichter x, ja, desto unwahrscheinlicher ist y. Aha. Das sind die x- und die y-Achsen. So wie wir sie auch früher gelernt haben, ne? Ja. Ja, klar. Guck mal, jetzt haben wir schon fast 5 Minuten geschafft. Eigentlich die ganze Zeit verquatscht. Ohne über das zu reden. Über die Sendung Schorsch Eigner. Ja, aber lass uns das, ich glaube das ist spannend für die Zuschauer, da bleibt man dran zu Hause, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also, wir werden das jetzt probieren. Es ist aber in der Zwischenzeit auch ein bisschen was verdunstet durch die Studio-Hitze. Das heißt, wir müssten nachgießen und berechnen, wie viel wir nachgegossen haben, um das sozusagen reziprok zur Geschwindigkeit. Ja. Reziprok hab ich mir mal gemerkt. Du kannst ja mal ein bisschen abtrinken. Ja. Oh Leute, ich trink hier echt ab, du. So. Wie viel denn? Ja, sag ich mal so anderthalb Zentimeter. Aber das muss man doch in Milliliter berechnen, oder? Das ist egal. Ich hab das im Kopf. Ja, ich weiß. Ja, Kreis hier im Kopf. Ich weiß das wohl. Wasser im Kopf. Ja. Kennst du das? Alter Scherz. Was ist ein Vakuum? Ach, ich hab's im Kopf, ich komm gleich drauf. Kennst du das? Ja. Zündet ja wahnsinnig hier. Die alten Gags, ne? Ja. Ja, so wie vorhin. Welcher Gag kam hier besonders gut an vorhin? Welcher? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Weil's kein Gag war wahrscheinlich. Ja, ist ja egal. Ja. Jetzt trink. Ja, weißt du. Die Leute warten drauf, dass was passiert hier. Der Cliffhanger. Ah. Außerdem ist es jetzt nass, das bremst. Warte. Ne. Der Grip ist jetzt weniger. Allein schon, allein, also allein schon ist die, wie nennt sich das denn eigentlich, die, ähm, die Traktion des Glases. Ja. Ist aber nicht wie eben, ne? So würde ich sagen. Ja, sonst lass eine Marke machen. Warte mal, hast du einen Stift? Ne, stopp. Ja. Jetzt ist gut. So, pass auf, äh, Wolfgang. Aber. Du hast doch so einen Sound, du musst die ganze Zeit schon so... Aber weißt du, was noch besser ist? Weißt du, was noch besser ist? Ich lege das jetzt hier unten hin. Und wenn es da drauf fällt? Ja. Und zwar lege ich das auch auf die Kante, sodass es dann nach da fällt. Du glaubst also, wenn es runterfällt, kommt es so weit, dass es hier drauf fällt? Ich habe den Ball, ich passe dir den Ball. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, das klappt. Oh, sehr gute Musik. Achtung. So haben früher eigentlich die Diabolenplatten angefangen. Ja, genau. Kesselbauken. Komm, wir fahren jetzt. Achtung, Achtung, los geht's. Und Vollgas. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir die Highspeed erreicht. Und jetzt lass ich los. Ja, das ist genau so. Komm, wir sind ganz klar. Und das ist ganz klar. Ja, und das macht da weg. Ja. Und das alles ohne Abitur. Wahnsinn. Alles ohne Abitur möchte das herausschreiben. Haben wir eine Zeitlupe? Ich habe nur mittlere Reife. Haben wir eine Zeitlupe? Da. Genau wie Olli-Dietrich und die Kabarats nicht eingefangen. Da haben wir vorher noch drüber gesprochen. Ja. Es ist wirklich genau hier drauf und so weg von Olli-Dietrich. Das riecht aber ganz schwer nach Nobelpreis. Ja. Nach Physik-Nobelpreis. Was für ein Nobelpreis könnte es sein? Äh, Physik-Nobelpreis. Achso, Idiotie-Nobelpreis wäre gut. Der wird nicht vergeben, ne? Okay. Noch nicht. Noch nicht, ja. Lass uns über dein Projekt sprechen. Ist vorbei die Zeit jetzt, ne? Die Zeit ist fast vorbei. Aber wir machen es ganz schnell. Eine Enthüllungsreportage über Schorsch Aigner, der Mann, der Franz Beckenbauer hat. Es ist die Geschichte eines Mannes, der sein Leben lang Franz Beckenbauer gespielt hat, wenn Beckenbauer keine Zeit hat. Genau. Wenn er nicht konnte, nicht sollte, durfte, hat dafür gesorgt, dass Franz Kräfte spart. Da kommt ein Schild, Verabschiedung Olli-Dittrich. Ja. Das kenne ich schon aus der Harald Schmidt Show. Da wurde das auch immer... Aber da war es für immer. Das stimmt. Ja. Darf ich das kurz zeigen, das Schild? Ja, gerne. Ja. Damit Sie auch sehen, wie man hier mit Gästen umgeht. Jetzt kommt Max Mutzke übrigens gleich. Zumindest ist dein Name richtig geschrieben. Ja, stimmt. Stand auch schon mal Olli-Dittrich drauf mit IE. Ich weiß. Und Raab auch gerne mal mit einem A, oder? Ja, und H. Ja. Was, Stefan mit H? Ne. Achso. Kleiner Scherz. Also hier steht... Ja. Verabschiedung Olli-Dittrich. Und gleich kommt Max Mutzke. Lass uns über den Film noch kurz sprechen. 23.30 Uhr in der ARD läuft der am Donnerstagabend. Lohnt sich anzuschauen. Absolut. Vielen Dank, Olli-Dittrich. Bis zum nächsten Mal. Stefan Rath.